Die Frage aller Fragen ist, was braucht jeder Mensch in seinem Leben, um schnell auf das nächste Level, den nächsten Erfolg in seinem Leben zu kommen? Ganz einfach, jeder Mensch braucht einen Coach. Einen was? Einen Coach. Warum ist das so? Du kennst bestimmte Momente, in denen Menschen dir erzählen, dass sie gerade Herausforderungen zu meistern haben, große Probleme haben. Du siehst diese Situation von außen als Externer und du hast vielleicht sofort eine Lösung. Kennst du sowas? Wenn es dir so geht, wie die meisten Menschen, kennst du genau diese Situation. Bei anderen fällt es dir leicht, ihnen dabei zu helfen, ihre Situation zu verbessern, richtig? Doch bei dir selbst, wie sieht es denn da aus? Kann es sein, dass es da nicht so gut funktioniert? Und weißt du, genau das ist der Punkt. Jeder Mensch braucht, um schnell voranzukommen, um schnell aufs nächste Level zu kommen, um da einzukommen, wo er wirklich hin will. Beispiel jemanden, der ihn begleitet, einen Coach, einen Live-Coach, der dich dabei begleitet, die schwarzen Flecken in deinem Leben zu identifizieren, die Handbremsen in dir drin zu identifizieren, um sie aufzulösen, damit du schnell vorankommst. Und mal ganz ehrlich, von wem lernst du denn am schnellsten im Leben? Von denen, die da sind, wo du auch bist, nämlich deinem Umfeld? Oder eher von den Menschen, die schon da sind, wo du hin willst, die den Weg selbst gegangen sind? Und wenn ihr diesen Hintergrund hier seht, ich bin gerade am Wolfgangsee in Österreich mit einem ganz außergewöhnlichen Programm und ich habe die Ehre, dieses Wochenende über 150 Personen drei Tage lang zu coachen, damit sie aufs nächste Level in ihrem Leben kommen. Und egal wo, egal wer, jeder Mensch braucht einen Coach. Guck dir das an, Schauspieler haben einen Coach, Unternehmer haben einen Coach, Musiker haben einen Coach und Supersportler haben einen Coach, richtig? Kannst du es dir in deinem Leben leisten, keinen Coach zu haben, ja oder nein? Geht nicht, richtig? Wenn du ein außergewöhnliches Leben willst, dann brauchst du jemanden, der dich begleitet, dahin zu kommen, wo du hin willst. Aber diese Person muss selbst da sein. Hier spricht gerade eine Person zu dir, die dir die Hand reicht, um aufs nächste Level zu kommen. Und wenn dich das interessiert, was ich genau mache, was du davon haben könntest, wie es auch dein Leben massiv und in kurzer Zeit verändern könnte, dann komm mal auf meine Homepage unter www.damian-richter.com. Ich freue mich schon jetzt auf dich. Ich freue mich schon jetzt auf dich.